willkommen ihr lieben zu einer folge clash of clans mit mir dem torsten ich hoffe ihr seid alle gut aus dem wochenende wieder nach nicht nach hause gekommen also wäre natürlich so ein bisschen fanfest meile war den hoffe ich dass die wieder sauber nach hause gekommen sind war ja ein spannendes wochenende muss ich sagen natürlich auch bei clash of clans wir haben clan statt gehabt wir haben im moment noch clanspiele und wir haben schon wieder neues event und das event ja einfach mal dunkles farben einfach mal dunkles farben also super cell verbindet ein event mit 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 etwas was wir sowieso jeden tag machen aber vermutlich jetzt ein bisschen vermehrt denn wir können damit unsere helden dauerhaft benutzen das heißt also ich gehe mal rein in das event ihr habt das sicherlich schon mitbekommen dieses deutsch englische event so wie es mal sagen weil das bild ist immer noch unlimited heroes event aber unten ist es immerhin schon eingedeutscht und es haben schon einige was gemacht was mir hier nach wie vor fehlt ist das was ich gemacht habe also so nach dem motto genau wie bei den clanspielen auch da kann man ja nachschauen was habe ich eigentlich dazu getan und um dieses event und oder dieses ereignis zu schaffen das fehlt mir hier im moment noch so ein bisschen denn ich könnte natürlich jetzt auch sagen leute ihr farmt jetzt bitte für mich das hier voll damit ich auch die 31 tage genießen kann und kann die helden hier dauerhaft nutzen gerade bei meinen accounts sowieso noch helden machen müssen das ereignis startet oder wird am ersten juli für alle freigeschaltet also es ist ja etwas immer was man sich erspiegeln muss und das ganze startet heute um zehn uhr und endet am ist auch heute ne er heute um zehn uhr und endet am dreißigsten um zehn uhr und wir müssen halt wir ich sage es jetzt noch mal wir nicht nicht nur ihr sondern auch ich 70 milliarden einheiten dunkles elixier das hört sich erst mal utopisch an aber der erste der erste step ist ja schon fast fast geschafft hier ihr seht das plus ein tag also wenn man alles zusammenrechnet plus 1 4 10 19 und 12 31 tage insgesamt und wir müssen einfach nur dunkles fahren leute einfach nur dunkles fahren 31 tage kann man die helden die ganze zeit nutzen so lange so lange sie natürlich keine heilung benötigen bzw wenn sie dann wieder regenerieren dann zählt das sowieso nicht aber wenn sie im bauen sind also wenn ihr sie dann upgradet 31 tage lang und das kann man wenn wenn gerade wenn sie sieben tage laufen immerhin vier mal sieben fünf mal sieben 35 ja knapp viereinhalb mal machen aber fast fünf mal machen wenn man es darauf anlegt und das finde ich sehr sehr gut der posteingang im spiel verschafft einen überblick zum zum fortschritt und ja das ist ein unvergessliches erlebnis das stimmt das ist wirklich unvergesslich supercell das wünschen sich eigentlich alle spieler dauerhaft also ist das sicherlich nicht auch sicherlich nicht nicht unvergesslich sondern das wünschen sich ja alle spieler dauerhaft dass so was hier reinkommt richtig coole sache ich bin auf dem chefkoch heute ich habe schon ein paar andere accounts ein bisschen durchgespielt wir nehmen natürlich immer ich vergesse das auch sehr 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 gerne nehmen wir hier ein ein sag schnell ein klarspiel mit nehmen wir mauerbrecher war der mauerbrecher im mehrspieler modus und dauert auch noch ein bisschen aber ich bin ich bin auf jeden fall ich denke wir werden das diesmal auch bei bei frito bei bei tutos bandes schaffen ich gucke mal gerade wie viel wir denn eigentlich machen müssen 50.000 auch wieder auch es gibt aber ein heldenbuch und noch hunde des elixiers ist in ordnung okay und helden für den heldenbuch macht man natürlich immer viel für den heldenbuch gehen ja manche über leichen oder einfach in shop wenn in shop geht geht bitte über store.supercell.com dort gibt es dann noch ein paar pünktchen mehr und auch noch ein bisschen mehr drauf also noch ein bisschen kleinere goodies ohne mille und schön abgefarmt hier man sieht das ja jetzt was im ausbau ist das blinkt ja jetzt immer so ja ich mache ich mach das ich mach das so es bringt ja jetzt was im ausbau ist und aber das was leer ist dass das sieht man immer noch aber noch noch ist nicht ganz leer geschossen ist aber nicht so schlimm ich glaube wir gehen mal hier rein denke ich mal das ist eine ganz gute sache denn meine blind muss hier vorne irgendwo ankommen da da ist ganz gut da habe ich jetzt auch schon die mauerbrecher gesetzt zwei von denen ein davon hier kann ich noch nicht ganz bis vier zählen ich muss so bis 1 2 3 dreieinhalb oder so zählen das ist es also noch nicht wir müssen noch den adler irgendwie schaffen machen wir auch und der wahnsinnige geht 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 schon wieder vor der wahnsinnige geht schon wieder vor er ist echt der hammer und den schaffen allerdings nicht mehr da hinten das macht aber nicht sehen schnappen uns hier mit und würde ich sagen gehen wir richtung queen hier rein einen von den einen von den einen von denen ein mauerbrecher ein magier und hier hinten sitzt auch ein ballon dann kann er da schon mal ein bisschen mit laufen ja aber wir müssen ja nun auf jeden fall dunkles machen und haben jetzt ich glaube der hatte jetzt gerade 10k dunkles und da haben wir ja schon schon etliches aus der mitte rausgeholt ne richtig kranker scheiß natürlich nicht scheiß sondern richtig kranke sache sollten wir auch noch mit gehen da oben her passt so king und queen gehen auch noch ganz gut ich zünde den king mal damit ein bisschen ablenkung auf dem drauf ist und vielleicht der eisgolem dennoch platzt queen ist auch noch mit am start ich lasse erst mal ein bisschen laufen 1 30 es ist nur noch wenig zeit ich weiß 1 30 ist jetzt echt eng aber das sollte man geschaffen weil die base ist ja fast weg nur mit kill squad das heißt wir können hier so unseren hund schicken 1234 1234 1234 24 worten hier mit drin ja war ja kein roll champion jetzt sind wir einmal okay das sind wir auch unnötig aber wir setzen trotzdem schnell mal alles damit alles ganz ganz schnell weg ist mag ja noch hinten drauf und easy peasy okay die weiß abgefahren in meiner ausrede ist ja immer der hatte keine clan burg aber ich habe schon mal 10.000 dabei gesteuert zumindest mit diesem account hier das zählen geht jetzt auch viel viel schneller kann das sein wenn der sieg da ist vorher hat das immer so hoch gezählt jetzt ist das so pack mit einmal da kann das sein oder bilde ich mir das nur ein okay die serie werde ich nicht mehr schaffen mit den accounts ja aber das ist auch nicht so schlimm und nehmen wir noch mal nach ich brauche das dunkle verhältnis deswegen nehme ich mal eine super pulle und das klarspiel aber auch gemacht also so geht es eigentlich das was wir ja jeden tag machen einfach einfach gemacht einfach gemacht und ich nehme mal wieder klar druckmäßig muss mal gucken was war da drin hatten 222 okay ich glaube die x bürgen die könnten der können uns angetan haben eine 3x bürgen sommer zerstören 3x bürgen 3x bürgen ich würde ja mal ganz gerne einen angriff machen das sind mauer teile das ist ein gift zauber es gibt auf jeden fall mehr punkte natürlich hierfür aber ich habe jetzt keine lust mit euch ehrlich gesagt baukämpfe zu machen da müssen wir auch mauer teile machen deswegen würde ich sagen gift haben wir nicht dabei wir machen die x bürgen wir machen die x bürgen drei stück das sollte man eigentlich hinbekommen und denn so eine base hat ja eigentlich vier also zumindest eine 13er eine zwölfer natürlich auch das ist eine zwölfer hier und ich würde natürlich ganz gerne immer gegen gegenüber machen also auch wieder ein zwölfer hier mit dem chef koch ich hoffe ihr seid auf jeden fall schon heftiges am farm 9k dunkles leute den immer mit den das sage ich immer so ne den immer mit woher ist denn den seine luftabwehr auch wieder da ok aber von da wollte ich jetzt nicht so gerne reinkommen deswegen gehen wir mal von da rein vielleicht geht die queen damit drauf ein bisschen der feger ficht doch ein bisschen was weg aber wir sind auch voll auf dem pot gelandet voll rein hier in das schwarze zeug okay das egal geht auf jeden fall mit geht auf jeden fall mit kaputt irgendwie und jetzt stürmen die wieder wie die irren nach vorne hier das rathaus ist aber auch nicht so schlimm das sieht noch ganz gut aus allerdings bekommen wir die adler art alleine nicht die queen haben wir noch bekommen und den adler bekommen wir die haben ganz gut treffer punkte leute ein schuss noch nur einer nein haben wir nicht ganz bekommen ok haben wir nicht ganz bekommen ach ehrlich jetzt dein ernst ok dann könnt ihr sicherlich jetzt den king folgen würde ich sagen und hier können wir gegen wirken dass die queen wieder reingedrückt wird wird leider nicht schade auch aber der king schnappt sich den den die adlaterie der braucht sowieso nur noch einen schuss dann ist das hinfällig ok das war's und hier ist einer im bau sehe ich gerade dann können wir hiermit mit unserem mit unserem restlichen zeug drin nehmen wir ihn ja auch mit rein 123 schon mal gesetzt 123 und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken bis der flächenschaden das schießt 123 auf die hier auf jeden fall mal zünden denn der multi da ist ja noch aktiv sehe ich gerade ok hier unten können wir schon auch was setzen der arme laberhund da hat ok es ist ich wollte gerade sagen es war es war es jetzt wieder zu einfach aber aber das einfach haben wir jetzt eigentlich eigentlich schon hinter uns und schuldig bitte dass ich jetzt natürlich dann immer so ein bisschen nach unten gucke aber auch wieder abgefahren bzw keine liga manchmal weiß man ja nicht was mit den leuten los ist ob die keine liga haben ob die keine liga wollen oder ob es wirklich tote bases sind und die leute wachen irgendwann mal auf aber für uns ist natürlich gut wir haben jetzt fast 20.000 dunkles reingefarmt mal gucken ob sich das denn auch eben im ranking schon bemerkbar macht diese 20 k die ich jetzt gerade geholt habe mit zwei angriffen von vor allen dingen nur wir haben auch wieder eine liga das ist auch sehr schön der könnte auch mal eine schwarze liga ganz gut tun die 1000 gems sollte ich mir eigentlich mal abholen und vielleicht auch kurz mal in champion reinhüppern damit es dann noch mal 3000 gems gibt dass ich mir noch ein paar bücher holen kann aber mal sehen ob man das ob sich das jetzt ein bisschen es macht sich nicht wirklich bemerkbar aber 70 milliarden ist auch ganz schön viel ich habe jetzt 20.000 geholt okay da müssen wir also ich und ihr müssen wir müssen auf jeden fall ein bisschen ackern daran und ich hoffe das ganze hat euch ganz gut gefallen das event gefällt euch vor allen den ganz gut es gibt ja noch ein anderes event was hier noch zu spielen ist das schaffe ich allerdings mit diesen accounts jetzt nicht mehr in vier tagen das macht aber auch nichts denn mit meinen großen accounts die das glanzerz ist natürlich cool aber ich habe auch gesehen im shop gibt es auch wieder heftig gute angebote selbst dass für 11 99 10.000 im moment fehlt mir vor allen dingen viel am glanzerz es hat es hat lange immer dieses glimmerz gefehlt aber irgendwo fehlt jetzt das glanzerz um meine helden jetzt weiterzuentwickeln beziehungsweise die ausrüstung weiter zu machen bei den großen accounts bei den kleinen weiß ich gar nicht gar nicht so genau da mache ich eigentlich mal das so ein bisschen so so wie es halt geht so wie es halt bespielen kann und bimmel du mal vor dich hin und deswegen ist das so ein bisschen spiele ich diese accounts ja auch ihr wisst das aber ich habe hier vier main accounts und das sind die ersten vier hier die habe ich heute aber auch schon heftig bespielt die sind auch alle ganz gut im pass ereignis pass etc ist der natürlich jetzt auch mal wieder so ein bisschen und wenn ich jetzt noch ein zwei eingriffe mache das werde ich wahrscheinlich auch machen dann bekomme ich ja noch ein bisschen was rein solltet ihr auch machen auf jeden fall sollte die auch 1000 klatspiel punkte machen denn dafür gibt es immerhin auch 200 punkte im pass wenn euch das ganz ganz gut gefallen lassen einfach ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen am kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren videos und natürlich in den live streams bis dahin ciao ciao euer toto flasht